Hallo, mein Name ist Silke Reinbold und ich beschäftige mich leidenschaftlich gerne mit Kundengewinnung. Ich träume davon, dass möglichst viele Coaches, Trainer und Berater genau die Kunden mit Leichtigkeit erhalten, die sie sich schon immer gewünscht haben. Und vielleicht fragst auch du dich, wieso kriege ich eigentlich nicht meine PS auf die Straße? Wieso halte ich nicht die Kunden, die mein Business wachsen lassen? Warum verdiene ich es nicht, die Umsätze zu haben, die mein besonderes Angebot auch verdienen? Um das herauszufinden, habe ich den folgenden Test entwickelt, der dir einen Überblick über die Frage verschafft, was für ein Kundengewinnungstyp bin ich eigentlich? Und wenn du das weißt, dann weißt du ganz genau, wo du ansetzen kannst, um das Business zu erreichen, von dem du schon immer geträumt hast. Also, los geht's!